Häufig fragen mich Menschen mit den diffusesten Symptomen um Rat. Sehr, sehr häufig bei Schmerzen, Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit, Allergien oder einem unreinen Hautbild. Und ich würde jetzt gerne mal durchgehen, was die Ursache hiervon sein kann. Ganz häufig steht nämlich hier eine Übersäuerung im Hintergrund. Und wir wollen uns jetzt anschauen, was mit dieser Übersäuerung gemeint ist. Eine Übersäuerung des Bindegewebes ist eine typische westliche Erkrankung. Und diese Übersäuerung führt unter anderem zu diffusen Schmerzsymptomen. Zum Beispiel im Sinne von Kopfschmerzen oder Migräne oder dem unspezifischen Rückenschmerz. Dazu habe ich schon eine dreiteilige Serie gepostet. Natürlich auch diffuse Schmerzen im Bindegewebe selber oder an Gelenken. Eine chronische Übersäuerung begünstigt die Steinbildungen. Zum Beispiel im Sinne von Nierensteinen, Gallensteinen, Blasensteinen. Das Arteriosklerose-Risiko steigt. Auch das Risiko für eine Osteoporose, das heißt die Knochenbrüchigkeit. Eine Übersäuerung geht mit Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Leistungsminderung einher. Ganz häufig kommt es zu einer Arthritis und aber auch zu anderen Autoimmunerkrankungen beziehungsweise zu Schüben bei Autoimmunerkrankungen. Eine Arthrose wird begünstigt. Die diverseste Allergien, zum Beispiel die klassischen Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten. Aber auch unspezifische Symptome wie Unruhe in den Beinen, so ein Restless-Leg-Syndrom, Muskelkrämpfe, aber auch Muskelschwächen, Sodbrennen, Magendarmbeschwerden. Klassischerweise die Cellulite ist eine Übersäuerungssymptomatik, aber auch das unreine Hautbild. Das Neigen zu Pilzinfektionen, Candida, Scheidenpilze, Fußpilz und so weiter. Eine Übersäuerung fördert die vorzeitige Alterung und die Blutgerinnungsneigung nimmt zu, das heißt das Thromboserisiko steigt. Ich habe jetzt hier mal einen kleinen Schnelltest zusammengestellt, damit wir alle schauen können, ob wir eher übersäuert sind oder nicht. Ich poste ihn auch unten vor den Kommentaren hinein. Wie viel Wasser trinken wir eigentlich? Wenn wir mindestens 2,5 Liter Leitungswasser trinken, dafür keine Softdrinks, dann bekommen wir drei Pluspunkte. Wenn wir sehr viel Kaffee trinken, gibt es Abzüge. Schwarzer Kaffee ist jedenfalls weniger schädlich im Sinne der Übersäuerung wie jetzt Kaffee mit Milch und Zucker. Wenn man täglich oder mehrmals die Woche Weißmehlprodukte konsumiert, dann fördert das eindeutig eine Übersäuerung. Dazu zählen Nudeln, Brot, Gebäck, Kuchen, Kekse, Pizza und all die Sachen, die wir gerne essen. Wenn wir mehrmals pro Woche Fleisch und Wurst essen, dann fördert das sehr stark eine Übersäuerung, umso mehr, wenn wir das täglich konsumieren. Wenn wir wenig Sport machen, also weniger als eine Stunde, dann fördert das eine Übersäuerung. Wenn wir brav 3x 90 Minuten ausdauern, 2x Kraft trainieren, dann bekommen wir Pluspunkte. Wenn wir aber sehr intensiv trainieren, im Sinne von wirklich täglichem Training, zum Beispiel für einen Marathonlauf, das übersäuert natürlich auch massiv. Wenn wir viel Naschen, Zucker und Süßigkeiten konsumieren, aber auch Süßstoffe, dann gibt es wieder 3 Punkte Abzug. Wenn wir sehr viel Stress haben, auch 3 Punkte Abzug. Wenn wir den Stress aber als positive Herausforderung sehen, dann im Sinne der Psychoneuroimmunologie gibt es gar nicht so viele Punkte Abzug. Wenn wir Mahlzeiten frisch kochen, gibt es Pluspunkte. Wenn wir zu Fertiggerichten greifen oder auch mal zu Fastfood, dann gibt es natürlich 3 Minuspunkte. Rauchen ist leider ein sehr starker Risikofaktor für die Übersäuerung. Das heißt, da gibt es 3 Punkte Abzug. Wenn wir aber mindestens 90 Minuten täglich im Freien verbringen, möglichst mit Bewegung, gibt es wieder 3 Pluspunkte. Wenn wir täglich mehrere Portionen Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Sprossen essen, gibt es 3 Pluspunkte. Wenn wir sagen, ich bin sehr gesund, ich bin Vegetarier, esse aber täglich Milch und Ei, dann gibt es auch hier Minuspunkte, denn zu viel Eiweiß, insbesondere tierisches Eiweiß, fördert die Übersäuerung. Dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich bin vegan und ich esse nur brav meine Ersatzprodukte, meinen Ersatzkäse, meine Ersatzwurst. Dann gibt es aber hier, weil das verarbeitet ist, auch 3 Punkte Abzug. Wenn wir uns gerne entspannen und seine Auszeit gönnen, sei es beim Yoga, der Meditation, Lesen, Tanzen, Sport machen, Freunde treffen, gibt es 3 Pluspunkte. Das wirkt einer Übersäuerung entgegen. Wenn wir mehr als 4 Stunden pro Tag sitzen, dann gibt es Minuspunkte. Wenn wir den ganzen Tag sitzen, ganz viele Minuspunkte. Wenn wir weniger als 2 Stunden pro Tag sitzen, das wäre optimal. Und wenn wir uns pflanzenbasierend ernähren, im Sinne von nicht verarbeitet und frisch gekocht, dann gibt es 3 Pluspunkte. Und dann können wir jetzt unsere Liste anschauen und schauen, wie viele Plus- und wie viele Minuspunkte wir haben. Je mehr Minuspunkte, umso höher das Risiko, übersäuert zu sein. Das Ganze können wir auch ganz einfach an unserem Körper testen. Wenn wir an 4 Stellen unseres Körpers die Haut hochziehen und diese verdrehen, so wie wir das als Kinder gelernt haben, beim Brennnessel spielen und das weh tut, dann ist das ein Zeichen für eine Übersäuerung. Wenn wir gestern Sport gemacht haben und zum Beispiel die Beine trainiert haben, dann dürfen hier manche Stellen schmerzhaft sein, dann sollte dieser Test aber trotzdem am Oberkörper schmerzfrei sein. Dann mit der Faust entlang der Oberschenkel-Außen- und Innenseite mal fest hineindrücken. Wenn das weh tut, ist auch das wieder ein sehr deutlicher Hinweis auf eine Übersäuerung. Wir sollten beidseits ganz kräftig in die Wadeln drücken können, ohne dass wir einen Schmerz auslösen. Wenn wir hier Schmerzen auslösen können, ohne dass wir gestern sehr lange bergab gewandert sind, wäre auch das wieder hier ein Verdacht auf eine Übersäuerung. Die von euch, die aus dem Therapeutischen kommen, kennen das. Wir haben immer wieder in der Heilmassage Patienten, wo wir fast nirgends vor dem Körper mit vollem Druck reingehen können, weil die Patienten oder Patientinnen sehr schmerzempfindlich sind. Und da kann natürlich eine Übersäuerung die Ursache sein. Was heißt jetzt diese Übersäuerung? Wir müssen unterscheiden zwischen der schulmedizinischen Acidose, also das, was wir als Ärzte unter einer Übersäuerung verstehen, und der interstitiellen Übersäuerung, um die es hier geht. Schulmedizinisch ist eine Acidose immer akut und lebensbedrohlich. Die können wir im Blut-pH-Wert leicht messen. Und wenn wir das nicht sofort behandeln, führt das zum Tod. Zum Beispiel kennen wir die metabolische Acidose. Das ist eine akute Stoffwechselentgleisung mit Übersäuerung des Blutes. Zum Beispiel durch eine diabetische Entgleisung oder durch schwere Darm- und Nierenerkrankungen. Aber darum geht es hier nicht, sondern um die chronische interstitielle Übersäuerung. Die ist nämlich schleichend und andauernd und betrifft das Interstitium. Und das können wir nur schwer messen. Ursache ist eine jahrelange Fehlernährung, zu viel Stress, Suchtmittel wie Alkohol, Rauchen und so weiter. Und unbehandelt führt diese chronische interstitielle Übersäuerung zu Entzündungen, also es heizt Entzündungen an, verstärkt Schmerzen, löst Schmerzen aus, lässt den Körper schneller altern und beeinflusst das Immunsystem sehr negativ und führt zu einer Vielzahl an chronischen Erkrankungen. Damit wir noch einmal verstehen, was heißt jetzt Übersäuerung in dem Sinne, wie wir es hier jetzt durchgehen. Übersäuerung, hier meinen wir die interstitielle Übersäuerung, Interstitium, das ist der Zwischenzellraum. Wenn hier diese Kügelchen Zellen sind, dann ist das alles, was diese Zellen umgibt, das Interstitium. Und dieser Bereich wäre übersäuert. Bei der schulmedizinischen Acidose sind hier die Blutgefäße betroffen. Im Blut, der Blut-PH-Werk ist zu sauer. Das ist dieses akut lebensbedrohliche Krankheitsbild. Aber hier, wenn das Bindegewebe, das Interstitium übersäuert ist, das ist eben das, was über Jahre hinweg chronische Erkrankungen fördert. Das heißt, wir sprechen von einer chronischen Übersäuerung. Wir meinen das übersäuerte Interstitium und eben nicht den Blut-PH-Wert. Das heißt, das können wir natürlich nicht im Blut messen. Das ist ein sehr chronischer Prozess, der sich über viele Jahre hinzieht. Und wir erkennen deswegen keine Veränderungen im Blut-PH-Wert, weil Mutter Natur uns glücklicherweise sehr viele Puffersysteme mitgegeben hat. Ich erkläre jetzt in der heutigen Vorlesung noch einmal ganz kurz, wie Übersäuerung und Schmerzen zusammenhängen. In den letzten Jahren hat in vielen Studien gezeigt, dass ein saurer Gewebs-PH, das heißt, wenn das Interstitium übersäuert ist, die Schmerzschwelle herabgesetzt wird. Und das führt natürlich zum sehr frühen Ansprechen von Nervenzellen auf Reize, die sehr rasches Schmerz interpretiert werden. Und Entzündungsprozesse werden angeheizt. Das betrifft sowohl die Muskeln als auch die Haut, als auch die Eingeweide. Und das ist reproduzierbar. Wie immer habe ich in meinen Vorlesungen hier die QR-Codes für alle, die diese Studien lesen wollen. Das heißt, wenn unser Interstitium übersäuert ist, dann können die Nerven einfach nicht so lange einen Schmerz aushalten oder einen Reiz aushalten, sondern feuern viel früher. Das heißt, wenn ich bei jemandem Druck mache in einem Gewebe, der übersäuert ist, bekommt er viel früher Schmerzen, als jemand, der nicht übersäuert ist. Und dieser Druck kann zum Beispiel schon so etwas Simples sein, wie das Reiben der Lehne eines Sessels oder ein sehr eng anliegendes Kleidungsstück. Und am Abend haben wir daraus schon Schmerzen. Und das erklärt, warum sehr viele Menschen unspezifische Schmerzen überall haben. Und die eigentliche Ursache ist sozusagen die Übersäuerung. Wir wissen auch über neueste Studien, dass Faszien sehr, sehr empfindlich auf pH-Wertunterschiede reagieren. Und zwar ziehen sich Faszien sehr rasch zusammen. Das heißt, es kommt zu einer Verhärtung, Verklebung, Verspannung. Und wenn diese lange besteht, kommt es auch zu einer Fibrose. Fibrose heißt, dass vermehrt Bindegewebe eingelagert wird und hier noch mehr Druck im Gewebe entsteht und somit noch mehr Schmerzen. Das heißt, für uns wieder als Therapeuten, wenn wir Patientinnen und Patienten haben, die ganz stark verspannt sind, immer wieder verspannt sind, dann kurz mal dahingehend überlegen, ob hier vielleicht eine chronische Übersäuerung vorliegen könnte und einmal versuchen, gemeinsam mit den Betroffenen diese zu bekämpfen, dann würden auch nicht so häufig die Muskeln so stark verspannen. Hier zum Schluss noch eine Studie, dass Faszien sich unabhängig vom Muskel zusammenziehen können und zwar auch einfach schlicht und ergreifend als Antwort auf Stress. Und deswegen hat es auch vorhin bei diesem Test Punkteabzug für intensiven Stress gegeben, weil Stress schlicht und ergreifend ein großer Faktor für die Übersäuerung ist. In den nächsten Teilen dieser Serie gehe ich darauf ein, wie genau diese Puffersysteme funktionieren und wie wir uns vor einer Übersäuerung schützen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.